So, Fran, was geht? Ich hab grad gesehen, dass da gute Arthur, also Mii, wo er einen 24 Stunden Livestream macht, wo er 24 Stunden lang den neuen Katja-Song hört. Richtige Baba-Aktion auf jeden Fall. Aber da dachte ich mir, okay, so schwer kann es eigentlich gar nicht sein. Das müsste ich auch hinkriegen. Lego. Nee, Alter.